Willkommen zurück zu Commander Keen in Folge Nummer 8. Wir hatten in der letzten Folge ein sehr kurzes Level, aber da haben wir erfahren, dass wir im Level Miragia Ausrüstung zum Schwimmen finden können, damit wir in den See können. Und ja, jetzt hatten wir vor, hier dieses Level zu zocken. Und los! Keen grits his teeth and enters San Diego. Können wir hier gerade stehen? Cool! Oh, geile Mucke. Da waren 5000 Punkte drin. Ich will noch mal da oben gucken, da ist noch mal so eine Schnecke. Und was ist hier oben? Ein Stoney Mahoney. Alter, die kackt ja alles zu hier. Äh? Stopp! Ach, nochmal dicke 1000 Secret-Punkte. Hüah! Hüah! Warte, man hier jetzt noch was hinter der Wolke vielleicht? Ja, da waren auch nochmal irgendwie 1000 oder so. Nehmen wir natürlich dankend mit. Nö, auf den Stoney Mahoney habe ich ja jetzt echt nicht so Bock. Alter! Meine Güte! Ihr dämlichen Steine! So, jetzt noch einer? Ja! Noch einer? Ne? Wie? Wofür war das jetzt gut? Ah, da können wir noch hoch, alles klar. Dann wollen wir aber trotzdem mal gucken, was hier unten noch lauert. Oh Gott, ein Stein! So, da ist eine Schnecke, in die wir jetzt lieber nicht reinhüpfen wollen. Aber jetzt, bämms! Langsam vorwärts tummeln. Hüah, Schnecke! Iiiiih, was ist das denn? Iiiiih! Lecker, Donuts! Oh, cool! Da ist Wasser! Da ist Wasser! Da ist Wasser! Cool! Ey, ich habe ein bisschen Bammel hier rum. runter zu gehen. Da ist ja noch eins! Alter! Oh, die wachen auf, Alter! Wollt ihr mich verhohne piepeln? Hau mal ab! Ja, genau! Kien fragt sich auch gerade so, was soll denn das? Naja... Naja... Ich bin noch nicht bescheuert. Oder was? Wie? Was? Ja, okay. Man konnte hier wieder raushippen. Alleine schon hier unten, sag mal... wollen die mich verarschen, die Spielerentwickler? Da ist noch eine Knarre. Okay, da kann man runter. Da ist eine Tür, wo geht es denn da rein? So, hier müsst ihr das Spinnending, so... Ah, okay. Die können hier nicht runter, das heißt, das Eis können wir uns easy Chili holen. Hau ab! Jetzt liegt die andere auf den Donut. Was ist denn das? Die haben irgendwie ganz komisch richtig viele Augen vorne. Nein, ich komme nicht wieder hoch. Doch, ich komme wieder hoch. Hä? ählt? Äh, okay. Komm ich von hier auch wieder hoch? Hö. Verdammte Kiste. Das ist zu hoch. Shit. was ist denn meine hier irgendwie weggegeben?" okay nein nein da halte ich doch an der stange fest junge man hat sich an der stange fest gehalten na kack schnecke wo bist du da ja genau brauchen wir mal hier so einen richtig dicken haufen hin ist klar ist klar ist klar man wir sind voll an den spinnen vorbeigekommen und die steine wir hatten die steine schon dauern das war echt ärgerlich jetzt mal sagen moni 63 schutz hier war noch was drin also da die steine jetzt geht das mit den steinen noch mal wieder los habe ich ja gar kein bock drauf kann ja auch eigentlich nicht zweimal gut gehen ich habe eine idee das hat ganz gut gefangen das hat auch wieder ganz gut gefangen und hier war schon das ende mit dem weiß ich auch noch nicht mit dem stein was wir mit dem machen alter das ist doch das ist doch nicht normal ja haust du wieder alles voll nach guck mal hier kommen rein wo ich dachte wir können ins wasser ist ja auch mal cool gewesen ein bisschen borden jetzt geht das noch mal los mit den steinen ich habe ich bin ja also näher sogar down herunter gefallen was machen wir denn mit den dämlichen steinen jetzt so frischheit das war risky da fehlt einer noch mal rein und dann geht's hoch steine meine ich den vielleicht wieder auf die andere seite ja so das war was ich wollte dann runter hier kommt auch noch eine noch mal zwei schokoriegel schön reingehäufen konnten wir noch sechs leben hau ab hau ab spinne das geht da kann man eigentlich rüber jumpen glaube ich ach ja genau hier konnte man ja auch ein solltest wir aufpassen weil noch nicht alle stone ist da und sind der schon da der jetzt auch damit sind alle aber das ist doch nur der weg zu den spinnen da muss ich doch nicht rein also wir sind grün und dann können wir hier einfach zum ziel dann kacken wir auf den rest jetzt die skype landen kommen ja lande knacks nein keine ahnung und dann wieder über 70 schuss ich werde verrückt die wolke wollen wir mal lieber nicht aktivieren die auch nicht die sieht ganz gefährlich aus ich dachte wir halten uns eventuell daran fest was ist das denn hier oh guck mal da kann man den boden aufmachen und dann knacks knacks irgendwas aktivieren aha oh gott noch mehr skype teste ja 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 gleich noch mal also das level ist nicht irgendwo einfach mal zu ende sondern das level will und vernichten gehen mit den steinen kommen wir ja gefühlt gerade einigermaßen klar alter das war jetzt gerade echt fies mega fies und eins zwei drei gut oh ja das war ein leben das war sie im bord denn brater ne bleibt mal hier sehr schön gut haben wir erledigt kurz auf die kackschnecke gucken genau nicht dass wir reinfallen 500 punkte haben oder nicht haben ah mist warte hier konnte man doch irgendwie ins wasser kommen wie ging das denn noch mal ha beide donuts wie ging das mit dem ach das war ja da links äh genau höh höh ok so all righty noch irgendwie 500 punkte drin und auf die punkte da drin haben wir gesagt legen wir nicht so viel wert wir gehen lieber direkt rein hier zack stirbt skypest ja der skypest soll da mal ruhig rumfliegen der interessiert uns jetzt weniger weniger gut noch mal gucken wo ist da der boden hier ist der boden alles klar und da einfach so landen alter chillt mal euer leben ihr viecher wer du kackst wird nämlich nicht gekackt ich weiß gar nicht wofür diese schalter gut sind also der eine fährt diese plattform hoch alles klar oh man hier sind so viele geheimgänge dinge hier kam auch einer entgegen noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr ne ok irgendwann ist wohl auch mal genug skypest skypest hier oben jetzt noch einer das wäre richtig gemein komm 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 gut und weiter das ist wahrscheinlich das was hier hoch und runter fährt ist wahrscheinlich die zweite plattform gewesen die wir mit dem zweiten schalter aktiviert hatten stein angucken stein angucken und weg skypest ist da unten noch wer nein hier vielleicht hätte ja was sein können ok was ist da und da ist das ziel unter uns und da unten ist nix das heißt wir sind jetzt einfach am ziel oder was ok san diego erledigt und zurück zu den shadowlands pf das war eine schwere geburt dann machen wir in der nächsten folge diese oase hier als bis dahin tschaui